Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Johannes Scherer hat gerade angerufen, der braucht noch einen Weihnachtsbaum-Gig. Ja, da kommt er wieder früh. Hab ich auch gesagt. Aber ich hab schon einen, Achtung. Was ist der Unterschied zwischen dem Trainer von Kräuter Fürth und einem Weihnachtsbaum? Sag mal, keine Ahnung. Keine Ahnung? Naja, der Weihnachtsbaum fliegt erst im Januar raus. Oh, den finde ich richtig gut. Ja. Oder wir machen die Meldung aus Offenbach. Gestern, da haben nämlich zwei Offenbacher im Wald nach einem Weihnachtsbaum gesucht. Nach sechs Stunden, sagt der eine, was soll's, dann nehmen wir halt ein ohne Kugeln. Ja. Also es war jetzt keine Meldung aus Offenbach, hab ich empfunden. Ach so. Aber ist doch lustig. Ja. Ja, aber. Hätte auch wahr sein können. Ja. Aber jetzt hab ich eine Achtung. Kurz und knackig. Weihnachtsbaum im Netz. Oder wie Veganer sagen, Rollbraten. Den finde ich lecker. Ja. Reicht auch für heute. Komm, mach mal Schluss mit lustig. Genau. Pettlich Feierabend. Im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App. Pettlich Feierabend.